Hallo, schön, dass du bei unserem neuen Geburtstagsteller gelandet bist. Wie gewohnt passen die neuen Module und Stecker natürlich mit unserem ganzen Geburtstagsteller-Sortiment perfekt zusammen. Den runden Geburtstagsteller kennst du sicher schon. Neu sind die viertelrunden Module und Stecker. Die Stecker für die Kerzentüllen geben dir mehr Spielraum bei der Anzahl der Kerzen. Unsere Motivstecker passen nicht nur auf den runden Geburtstagsteller, sondern auch in die neuen Module. Na, Lust auf mehr? Dann klicke auf den Link in der Videobeschreibung. Bis dann!